Hallo YouTube und Anime Freunde da draußen, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir ein Anime aus, den mir wieder freundlicherweise Filmkonfekt Anime zur Verfügung gestellt hat. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich an die Jasmin und an die liebe Bettina, weil die Jasmin hat mir das erste Exemplar geschickt und die liebe Bettina hat mir das zweite Exemplar geschickt, was ihr gewinnen könnt, aber dazu gleich mehr. Ja, wir packen heute, hoffentlich spreche ich es richtig, aus Gakuen, Basara, Samurai High School. Ich kenne Basara als Videospiel, beziehungsweise als Devil Kings für die Playstation 2, dann als Videospiel für Wii und PS3. Dann gab es ja noch eine Serie, die mir damals nicht so gut gefallen hat, aber das ist wohl eine Serie, die spielt wohl in der Schule, in der Zeit irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt in der heutigen Zeit ist oder damals, aber es sind auf jeden Fall die Charaktere, die dann in die High School gehen. Das packen wir heute aus, das Ganze gibt es auf DVD und Blu-ray, das werde ich mal unten einblenden. Wir haben hier das erste Exemplar, das zweite Exemplar erscheint diesen Monat im Juni, hier haben wir schon mal Werbung dafür, die lag dabei. Da werde ich vielleicht auch ein Exemplar kriegen und dann werde ich vielleicht auch ein zweites Volumen verlosen dürfen. Mal gucken, da werde ich auch das Gewinnspiel auflösen, aber ich würde sagen, wir machen erstmal das Unboxing. Da haben wir erstmal das erste Volumen auf DVD, wie gesagt, gibt es auch auf Blu-ray. Sprachen haben wir hier Dolby Digital 5.1 auf Deutsch und Japanisch und der Titel Deutsch, Bildformat 16 zu 901, 78,1, Laufzeit 92 Minuten Genre Anime und wir haben hier die ersten vier Episoden. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Das Ganze kommt in diesen Schuber, ist schon etwas länger auf dem Markt. Ich glaube, seit letztem Monat, habe es leider nicht vorher geschafft. Dann haben wir hier dieses Motiv, auf der Rückseite stehen dann die Episoden. Dann haben wir ein Inlay-Bild und ein Schüler, der vor dem Mond steht, beziehungsweise zwei. Dann haben wir die DVD, die hat so einen edlen Look, finde ich, den Gold. Dann nochmal Werbung und das Poster. Das Poster habe ich übrigens auch hier einzeln liegen. Mal gucken, vielleicht verloser ich das als Trostpreis irgendjemandem. Was müsst ihr tun? Ja, ihr könnt ja ein Volumen bei mir heute gewinnen. Und zwar das hier auf DVD. Was müsst ihr tun? Ihr müsst mir meine Frage beantworten. Da der Anime ab zwölf Jahren frei ist, freigegeben ist, müsst ihr kein Ausweis-Coupé schicken, sondern einfach meine Frage beantworten, diese an die E-Mail und in der Videobeschreibung schicken und als Betreff Buzzerer hinschreiben. Ja, meine Frage, was nehme ich denn für eine Frage? Ja, genau. Wie hieß das Spiel auf der Playstation 2? Ich habe es eben am Anfang erwähnt. Ich gebe einen kleinen Tipp mit Devil, denn das zweite Wort habe ich am Anfang auch gesagt. Für die Playstation 2 habe ich das damals gesagt. Wie heißt das Spiel? Schreibt die Antwort in die E-Mail mit Betreff als Buzzerer. Schreibt bitte eure Adresse und auch euren YouTube-Namen. Das habe ich übrigens bei den eigenen Gewinnspielen vergessen, dass ich weiß, wer ihr seid, dass ich das dann noch einblenden kann. Ja, die Antwort bitte an die E-Mail schreiben und das Gewinnspiel werde ich auflösen, wenn ich Volumen 2 kriege und dieses dann auch verlosen sollte, wenn ich das denn kriegen sollte. Ansonsten werde ich das Gewinnspiel in einem anderen Video auflösen und hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr macht schön mit und ja, bestimmt mal ein guter Anime. Sieht auf jeden Fall vom Zeichenstil sehr gut aus, gefällt mir. Ihr habt euch weitere Informationen, wie auch Links zu Amazon verlinken, falls ihr so den Anime kaufen wollt und einen Trainer in die Videobeschreibung verlinken. Dann könnt ihr euch da ein Bild machen. Ich werde euch schon mal alles einblenden, was es auf DVD und Blu-ray gibt. Wahrscheinlich alle drei Volumen. Und ich werde es euch einblenden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Euer Gabatrons. Ciao. Hallo nochmal, ich bin's. Ich habe was vergessen. Ich bin so eine Pfeife. Und zwar wollte ich ja das Danke-Rompa-Gewinnspiel auflösen. Und zwar konnten ja drei von euch diese Volumen gewinnen. Jemals einmal ein Volumen von Despair Arc und einmal ein Volumen von Future Arc. Das habe ich leider geöffnet, weil ich dachte, es wäre meins. Habe ich nicht mitgekriegt, dass ich das da wasch verpeilt, gerade eben auch. Also derjenige, der es bekommt, wundert dich nicht, warum da keine Folie drin ist. Also es gab drei Gewinner. Einmal diesen, einmal diesen und einmal diesen. Ich werde dir, wo die Folie nicht dabei ist, das Poster von Buzzerer dabei legen. So als kleine Entschädigung. Ich hoffe, du wirst dich freuen, du, der gewonnen hat. Und ich werde euch jetzt die drei Gewinner einblenden. Ja, ich hoffe, ihr werdet viel Spaß haben. Es tut mir leid, dass das Gewinnspiel etwas gedauert hat. Aber ich hoffe, ihr werdet Freude damit haben. Und wie immer hoffe ich auch, wenn ihr ein Unboxing dazu dreht, schickt mir bitte die Links, dass ich das Filmkonfekt schicken kann. Und dass die dann auch sehen, dass ihr das bekommen habt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Unboxing drehen würdet. Ist kein Muss, aber ich würde mich halt, wie gesagt, darüber freuen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich für das Teilnehmen. Und wir sehen uns beim nächsten Gewinnspiel, beziehungsweise bei der nächsten Gewinnspiel-Auflösung oder Anime-Unboxing. Bis bald. Ciao.